Ja, Snowboarding macht mir unglaublich viel Spass. Gibt mir genau das, was ich brauche. Und das macht sicher nicht jeder, Snowboard Alpen fahren. Und das gibt mir wirklich ein einzigartiges Gefühl, Snowboarden zu karfen. Coole Sache. Bei diesem Wetter werden eben genau die grossen Champions gemacht. Sagt man ja. Normal bin ich eigentlich schon schön im Wetter fahren. Im Moment, wo ich sicher nicht vergessen werde, ist eine Silbermedaille an der Junior-WM. Zuerst bin ich am Anfang enttäuscht, dass ich nicht die Goldung geholt habe. Aber im Nachhinein bin ich sicher sehr glücklich über diese Medaille. Und auch der zweite Rang im gesamten Europa gehabt. Das war für mich ein sehr schöner Erfolg. Ja, die Nomination bedeutet mir sehr viel. Es ist sicher etwas Schönes, unter den besten fünf Athleten des Jahres oder Nachwuchsathleten zu sein. Und ja, das ist eine grosse Ehre für mich.